Tag, 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 Tag Hallo, hallo, Sie hören jetzt, der Kaiser von Anlantis, eine Art Oper in vier Bilden, es treten auf. Es ist wirklich sehr, sehr besonders. Wir haben, eine Partie ist, die meine Freunde singen. Die Leute, die ich weiß, aus vielen Jahren, die ich aus seiner Verteidigung. Und zu hören, sie live und zu hören, mit ihnen, ist als einfach das als zu hören, mit einem Publikum. Also, nichts mehr als mit einem Publikum. Aber mit den Leuten, mit diesen Gruppen, mit den Leuten zu hören. Es ist so, wie du alle diese Verteidigung zusammenbringt und es ist, dass sie zusammenfasst. alle gehen, alle zu verhängen. Sie gehen leben, wer es besitzt, ist gefallt gegen den Tod und keine Wunder und keine Krankheit kann ihn fortanheben, da schwirren wir seinen Herrn und das Vaterland zu fühlen. Das war's für mich. 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 Ich bin froh. Das war's für mich.